hallo leute mein name ist peter und ich nehme dieses video als erstes video für super phone news.de auf es ist ein video welches wieder mal oder was wie meine vorherigen videos auf englisch zu für linmob.net wieder zum über das sich mit dem galaxy samsung galaxy s2 beschäftigt welches momentan 1 auf jeden fall eines der besten superfonds auf dem markt ist und zwar habe ich heute deswegen kurz trotz schlechten licht und so weiter ich heute zubehörbe kommen und zwar handelt es sich um eine hülle zum galaxy s2 die ich bei amazon bestellt habe das war jetzt nicht die feine englische lieferschein passiert jetzt alles nicht so sehr die hülle ist eine so genannte tpu hülle und soll in schwarz sein und wie ihr seht es ist plastik plastik eingepackt und ich denke ihr kennt diese hüllen es gibt die auch fürs für zb den ipod touch hat ein kollege von mir die oder also eine ähnliche hülle und so weiter und jetzt versuchen wir mal das galaxy s2 hinein zu bekommen denn man möchte so ein teures superfonds natürlich möglichst gut schützen und das war jetzt wirklich sehr einfach ich weiß nicht inwiefern der der schutz ist wenn das gerät runter fällt werde ich vielleicht auch nicht unbedingt so genau testen macht das gerät ein bisschen dicker ich denke es ist jetzt statt der sonst 8,45 millimeter vielleicht in etwa ein zentimeter oder 1,1 zentimeter dick aber das macht nicht viel die oberfläche ist glatt ich bin mir sicher dass es sehr gut in die hosentasche geht und das ganze ist nicht teuer also der schutz sollte euch das auf jeden fall wert sein denn diese hülle kostet bei amazon.de um die 7 euro jetzt noch einmal kurz angry birds das kann man nämlich auch mit hülle spielen und das war's dann schon vielen dank bitte wenn ihr mir oder wenn ihr mir einen gefallen tun wollt abonniert mein channel bis bald vielen dank fürs zusehen